Ja, das war mal unsere Oase des Glücks. Nun ist es die Oase der Löcher. Hier sind sie nicht hinzugekommen, aber das gehört noch mal gesichert. Ich bin am überlegen, ob man hier fliegen kann. Aber das hier, das geht gar nicht. Falls hier irgendein bescheuerte Besoffener reinstiefelt, das gehört normalerweise gesichert. Und das sieht noch relativ frisch aus. Normalerweise ist das ein Fall für das Ordnungsamt. So, hier kommt ein Rind, Rind, Ran, Raus. Das haben die hier die ganze Zeit benutzt, um großen Pflanzen unterzustellen. Schade, dass sowas hier so verkommen ist. Ist ja auch schon fast wie eine Einladung. Markt wird wieder überwacht. Na ja zumindest, hier riecht es auch leicht verbrannt. Sollte das glaube ich von außen einmal gesichert werden. Alter, haben die hier gewütet. Na ja nun. Da haben wir die kaputte Scheibe. Aber die hängt aber auch so bescheuert da rum von oben. Guck mal, hier kannst du direkt sitzen beim Fliegen. Schade, 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 schade. Wißig. Guck mal.